also wie ihr sehen könnt habe ich einige spuren aufgenommen das sind diese kleinen kreuze die man auf dem hunter mate sieht gut ich bin jetzt nicht wirklich streng diesen spuren gefolgt ich mich einfach mal so ein bisschen treiben lassen gehört vielleicht auch so ein bisschen zu meiner philosophie des umgangs natürlich kann man wenn man spuren aufnimmt ich gehe jetzt zum beispiel genau die falsche richtung wenn man spuren aufnimmt ihnen dann zu folgen das führt auch oft dazu dass man sie irgendwann findet aber ich gehe mal davon aus dass ich hier auf meine ich habe glaube ich gerade was gehört dass ich ja so ein bisschen auf meine erfahrung vertrauen kann und einfach dann doch bald auf was stoßen werde kurz zeigen das habe ich eben noch mal so ein weibliches reh das sieht mich ja wie gesagt nicht so wie ich jetzt gelaufen bin ja so hier nah an den feldern mit blick auf die feldern wieder zurück zum feld sie will ja hier oben einen weg fortsetzen jetzt hoffe ich doch sehr dass ich auch mal außer Rehe und spuren von schweinen dann auch mal schweine zu sehen bekomme fasane habe ich interessanterweise auch noch keine gehört so früh unterwegs ist hat man nicht nur das glück schlafende gänse zu finden die es wäre eigentlich so die einzige chance ohne jetzt dieses tarn zählt und ohne diesen ja lange distanzen rufe und kurze distanzen rufe überhaupt gänse zu schießen nämlich dann wenn man sie schlafen erwischt das habe ich auch schon geschafft ist aber auch alles anderes einfach also wenn man einfach gänse so beim ruhen kann man antrifft dann kann man sich könnte man sich auch versuchen ranzuropfen das klappt alles nicht so das kann man quasi vergessen das ist auch wieder weh ihr seht auch hier ich habe gesagt das ist jetzt eine dreiviertel stunde frum also etwa 20 25 minuten in wirklichkeit und man sieht was für eine strecke ich gelaufen bin kann man sich schon vorher stellen wie lange das dauert um einmal rum zu gehen ich habe ja gar nicht große ausflüge gemacht naja das ist wieder wildschwein wieder in die falsche richtung ich habe ja gar nicht große abstecher gemacht sondern bin eigentlich immer stur meinen weg gegangen kann man schon sehen wie lange es dauert das führt auch alles in die falsche richtung jetzt kann ich natürlich überlegen ob ich dem folge es sind ja wirklich einige aber die scheinen auch relativ weit weg zu sein ich muss ja den ganzen weg noch mal zurück ich entscheide mich jetzt einfach mal hier weiter zu gehen und wenn was passiert dann bin ich wieder zurück bis dann